willkommen donkey kong ist zurück willkommen zum let's play zurück 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 zum let's play von donkey kong country returns so im letzten part haben wir genau hier aufgehört wegen der partlänge und jetzt machen wir weiter mit diesem grandiosen game das spiel dieses spiel ist die 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 wie na gib mir das gibt mir das wo das o man die k danke dass ich ernst ne ich küsse hier so viel damage das gibt es doch nicht schön sammeln 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 gerade die münzen sind wichtig so jedenfalls eine münze einmal nichts und schon wieder ein treffer läuft also irgendwie bin ich heute echt nubig bis jetzt übrigens das soll kein rush werden ja übrigens rush habe ich ganz vergessen in part 1 und 2 zu erzählen es gibt auch ein rush modus hier in diesem spiel da kann man alle level erneut spielen nur auf zeit und da läuft eine zeit und das mal wenn übrigens auch machen oder zumindest werde ich vorstellen so n zurückgehen ist eine ganz fiese falle vom spiel sie kriegen nämlich oft ein aufs maul number drei number three sorry beam beam was ist hier oben ein puzzelteil und zwar die number und hier ist auch schon das g sehr schön mein gott diese frösche oft ziemlich schon getroffen haben das ist ja schon ein bisschen peinlich hat irgendwie hat schon aber vorbei ich habe auf krepp ok das war jetzt umnötig das wird so nötig wir hätten die die nicht zwingend verlieren müssen übrigens der kommt auch jetzt nicht wieder übrigens nicht kaputt stampfen denn hier ist ein secret was wir dringend brauchen denn hier ist einfach mal das letzte fehlende puzzelteil alles was wir jetzt noch machen müssen ist ein bisschen stampfen sammeln und ab ins ziel so da ist unser gutes stück ziel b und boom die goldenen button oder einfach normale bananen sind sie in diesem fall zu die 100 prozent hier ist bilder galerie wurde aktualisiert sehr schön auf zum nächsten level sehr gespannt bin ich drauf doch wir könnten zwar jetzt schon hierhin zwar limbe galiloh und limbo aber wir machen die reihenfolge und spielen stattdessen erst mal baum kronen kanonen das berühmte fässerspiel also ja ich bin gespannt wie wir uns hier anstellen werden ich hoffe doch recht gut denn die passagen sind schon nicht ohne jetzt hier denke ich werden wir es noch schaffen wir sind übrigens noch nicht einmal gestorben in diesem projekt das will ich auch hier gerne so halten auch wenn das eigentlich ein ideales level dafür wäre aber ich hoffe nicht ich hoffe es nicht so 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 kennt man ne bocky kong ist dafür auch berühmt geworden ja auch ein puzzelteil lol hatte ich gar nicht so auf den schirm dass da eins war lol das war jetzt ehrlich gesagt echt richtiges glück so ich glaube irgendwo war das ne war das hier war das hier nee ich glaube nicht ich glaube nicht oder ich weiß es nicht ich weiß es nicht könnte dass der erst tot sein nein es war richtig geil 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 meine erinnerung war also doch richtig irgendwo war das hier in den level aber so früh am anfang hätte ich nicht gedacht cool ich dachte mir ich hatte jetzt wirklich echt kurz schüsst dass das der tod wäre unser erster aber nee nee ging alles gut ging alles gut Gott sei dank denn das wäre schon sehr ärgerlich gewesen jetzt na ja das ist ein bisschen außergewöhnlich hier übrigens mag ich das nicht hat diese geschafft die 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 leute von heute das war schon wieder leider tut mir leid das ist jetzt auch ziemlich doch ziemlich oft so dass wir die level nicht beenden können diesen kurzen kein part ja es gibt immer ein es gibt zwei lange parts und es gibt dann aber auch wieder einen kurzen part müssen zum ende kommen tut mir leid so war das mit dem genau jetzt genau jetzt schießen genau das ergibt uns nummer 5 ja doch im nächsten part geht es hier weiter seid dabei ich bedanke mich fürs zusehen bis dann und schau oder mit hindus haut rein unterstützt und gekommen mit einem like mit einem kostenlosen abo würde mich sehr freuen ich bedanke mich fürs zusehen bis dann und schau